Für Notfallsituationen im Betrieb sollten Sie als Arbeitgeber gut gewappnet sein. Wichtig für Unternehmen ist die Einweisung in Erste Hilfe als betriebliche Maßnahme. Ein oder zwei Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sollten in regelmäßigen Abständen einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren. Zur Grundausstattung der Firma gehören Erste-Hilfe-Notfall-Koffer, eine Liege oder Sofa, ein Feuerlöscher für psychologische Notfälle kann das Unternehmen eine Vertrauensperson benennen. Auch ein Betriebsrat oder externer Experte, die per Telefonseelsorge hinzugezogen werden, bietet sich an. Gerade in Notsituationen ist die Unterstützung des betroffenen Mitarbeiters besonders wichtig. Dabei sollte immer der Mensch im Mittelpunkt stehen. Bei einer finanziellen Notsituation eines Mitarbeiters kann ein FUSS als sofortige finanzielle Unterstützung hilfreich sein.